So, dann machen wir mich mal ganz sauber spritzig weiter So, dann fahren wir da mal hin So, jetzt Was ist das hier für ein Versteck, Alter? Sehr schön Kaum back ist Versteck Sehr schön Na, komm, Alter, jeb mir die nächste Mission, du Spinner, Alter Na, endlich Komm, komm und sjie,či, Du sein, du Schwiebel Der Auflöpen ist doch, der Versteben, der Engel macht links bei der Feuer, der das Pistone, bei der Tranny an all high bei der Kam und der U-J Casey Blistet-B Da sie schwebt Der Magnum Opus Da sie ist Das ist nicht so, Kar. Es ist nur ein Bisschen. Nein, nein, nein. Sie ist ein Wissen von den Nuministen. Divinely Inspiriert. Sie wills sich auf diese Welt. Schau! Sie sehen? Hier. Divine meets Dreishaft in Symbiosis of Faith. Modded and made-to-measure. You might see what that old-time religion, huh? I got a classic, whammy Turbo High Dog. Hell, yeah! Bulletproof and torture-tested. It's technically upgraded with Chumbuck overdrive. Coils, springs, shocks and links, too. It's got to be eight cylinders, nothing less. Yes, we will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! No time like the present. Come on, St. We must go. Man, 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 der labbert ein Haufen Scheiße. Hauptmission. Magnum Opus. Los geht's. From a place sad and strange, where the chariots of old went to die. A place that I call the graveyard, yeah? Los, wohin, du Spinner? We must go in the dead of night. The buzzer and guardians are away. Fahr zum Friedhof. Machen wir. A place that's dead, yeah? Mmm, that's that's rare. I'll see you now. Boa. Boa. Bona. Boa. Da kommt die Zutaten von Ghazaline! Wir sollten genug Wasser finden, um ihn zu der Graveyard zu machen! Oh, Teile! Eins... Leer! Fuck! Suchbereich 100%! Sehr schön! Weiter jetzt! Oh, ein großer Teile-Giftbox! Welchen Preis hältst du? War doch klar, Alter! War doch klar, dass hier wirklich Sinn! Na, komm her, Alter! Bäm, Alter! Hast du was ohne Taschen? Ne, war... Haben nicht Armschweine! Mensch, rick dich ab, ey! Mann! Anzünden! Geil! Äh... Tanken! Mach schon ein Folter-Ding! Schöner Aussteigen! Ach, komm! Nimm den Kanister! Schöner! So... Fallen lassen! Anzünden! Werfen! Ey, der soll den mitnehmen! Ey, ist der doof! Äh, wie kriegt denn den da drin? Ach, du Scheiße, ey! Da war doch was aufbewahren! Da war doch was aufbewahren! Naja, dann mach das doch mal, ey! Naja, dann mach das doch mal, ey! Naja, dann mach das doch mal, ey! Ui! Ui! Äh, äh, äh... Ui! 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 Naja, bastel du mal da. Ich mach das hier so. Sehr schön. Boah, Alter, wo bin ich denn hier? Ja, fallen, geil. Boah, Alter, heftig, Alter, hier. Da liegt der Gegenfahrer, Alter, wird tot, Alter. Jo, alles klar. Ah, komm, lenkt doch mal hier. Boah, geil. Ja, und voll rind, schwehen mal. Du Scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Hier ist was los. Der lauert eine Scheiße. Mann, Mann, Mann. Erreicht hier die Kasserieplattform, ja, ja. Vielleicht könnte ich das hier runterziehen. In. Taschenlampe, ach da. Neue Biografie, Taschenlampe, äh, wird das nie gewesen, ey. Still works, too. Sehr schön. Oh, Wasser, können wir gleich mal mitnehmen. Das sind noch irgendwelche Teile. Ja, ja, Mann, reg dich ab, ey. So, drei von drei, sehr schön. Hm. Na, komm, nehmen wir den, ja. Ja. Nehmen wir den. Ja, 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 alle am feiern, wa? Ja. Ja, B ist da, okay. Ja, ich bin, ja. Ein Spinner hier. Bleib schön liegen. Mal brauchst alle platt, alter. die kämpfe sind geil da bleibt doch liegen alter oh alter der blinglose hatte alter fuck alter nein da lang komm bewegt dich alter shit alter äh da ist nirgendwas komm steck ein penner fliege vom frühtopf ach du scheiße l b und b ach du kacke oh alter ist ja mal heftig alter ist hier nicht in ordnung ja alter bastard alter nein was war denn das für ein bug bis dich alter ja alles klar hauptmission abgeschlossen kaum bucket nimmt den magnum opus noch es gibt er als auto nicht viel her doch er hat ein gewisses potenzial wir haben eine kasserie gefunden doch es ist noch einiges an arbeit notwendig bevor er kampf bereit ist ist alter Alter. Heftig, Alter. Ich muss so viele Tasten drücken, Alter. LB, LBX und so und so. Egal. Da berühren wir die Scheiße noch. Und wir sehen auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020